Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gate-News-Item-Shop-Watches hier auf Gate-News.de. Wie soll das anders sein? Wir sprechen in dieser Ausgabe ganz kurz über eine neue Fertigkeit. Ihr habt das Pling im Hintergrund gehört. Auf Facebook ist das Ganze gerade absolut der Renner. Der neue Gegenstand heißt Gemeinsamer Inventarplatz. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr einen Gegenstand besitzt, wie zum Beispiel, was haben wir denn gerade im Inventar? Wir haben sicherlich einen Luftschiff-Pass dabei, wir haben einen Heimatportalstein, einen kupferbetriebenen Wiederverwerter oder ein karmischer Konverter würden sich ebenfalls anbieten, die ihr gerne nicht nur auf einem Charakter hättet, sondern auf mehreren. Und dazu gibt es nun den gemeinsamen Inventarplatz. Davon könnt ihr maximal fünf Stück besitzen. Sie kosten 700 Edelsteine das Stück oder halt ein bisschen reduziert. Am Ende gibt es quasi einen gratis, wenn ihr euch alle fünf auf einen Schlag holt. Wir machen das Ganze jetzt mal mit drei Plätzen. Kauf abschließen. Die Gems ist übrigens geholt bei Gameladen. Ich kann es an dieser Stelle nur mal kurz empfehlen. Wir haben die drei gemeinsamen Inventarplätze bekommen. Und schauen uns das Ganze jetzt mal an. Wenn wir die verwenden, die scheinen ganz oben zu liegen. Jawohl, das sind die gemeinsamen Inventarplätze. Und die stehen jedem Charakter zur Verfügung. Da packen wir selbstverständlich Luftschiff-Pass, Heimatportalstein und, ja, sagen wir mal was Lustiges, den endlosen Geschenkekistentrank rein. Der endlose Geschenkekistentrank ist immer ganz lustig. Kann man immer mal gebrauchen. Sachen, die sehengebunden sind, kann man nicht da rein tun. Nur um das hier einmal kurz zu zeigen. Account-gebundene Sachen, selbstverständlich schon. Anders würde das keinen Sinn machen. Der karmische Konverter konnte hier zum Beispiel auch rein. So, jetzt haben wir quasi drei Charakterplätze mehr. Und wir schauen mal, ob das Ganze auch auf dem nächsten Charakter funktioniert. Das sollte es, logischerweise. Auf jedem Charakter steht er euch zur Verfügung. Unabhängig davon, ob ihr 10, 20 oder 64 Charakterplätze habt. Ich hätte vielleicht einen Charakter nehmen sollen, der nicht unbedingt in Löwenstein steht, sondern in einer Stadt, die relativ schnell lädt. Oder in einem Gebiet, das relativ schnell lädt. Aber ihr werdet sehen, das ist im Prinzip die Funktion. Wenn ihr euch Edelsteine sichern wollt und gleichzeitig Gegneys unterstützen möchtet, schaut mal kurz in die YouTube-Videobeschreibung. Da ist unser Rev-Link zu GameLaden. Die liefern gut. Die sind ein bisschen günstiger als ArenaNet. Und ihr unterstützt uns halt mit dem Kauf über den entsprechenden Link. So, ich hoffe, das lädt jetzt hier einigermaßen. Ihr merkt schon, so ist das, wenn man nach Löwenstein möchte. Schlimm wird es dann noch, wenn man nebenbei eine Aufnahme macht. Ihr seht übrigens auch, ich hätte darauf mal kurz achten können, die Fensteraufnahmen, die gerade so ein bisschen hier schwarz aufgefallen sind. So, jetzt sind wir hier mit meinem Guardian. Und ihr seht, auch hier haben wir die gemeinsamen Inventarplätze. Hier könnte ich jetzt meinen Heimatportalstein verwenden. Und zack, wäre ich im Heldenbezirk mit dem Char. Ja, denke ich, eine sehr, sehr schöne Erweiterung. Ein bisschen kostspielig, das gebe ich zu. Nur fünf Plätze beschränkt, ist auch nicht optimal. Nichtsdestotrotz eine Sache, die ich jedem empfehlen würde. Und ja, das war es im Prinzip auch schon mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Gab es sonst noch was im Edelstein-Shop? Ich schaue mal eben schnell. Der Wintertag endet und Dinge werden entfernt. Ja, okay, das ist der Lauf der Dinge. Gut, dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Danke fürs Zuschauen. Denk jetzt liken, den abonnieren und bis zum nächsten Mal.